Der Stoff 48 KW Kaufmann 02 aus ein brauner Verdunklungsstoff, ein Wabenstoff, von innen Alu bedampft. Hier kommt also überhaupt kein Licht durch, wie das bei Wabenstoffen, bei Verdunkungswabenstoffen so üblich ist. Ein schönes Muster, damit das nicht so langweilig aussieht. Ein hellbraun und die Rückseite in einem klassischen klaren Weiß.